Es gibt viele Ansichten dazu, was die wichtigsten Fragen überhaupt sind. Zum Beispiel, wie werde ich glücklich? Oder was ist gerecht? Oder gibt es Gott und was will sie von uns? Ich weiß, ein alter Witz, aber das ist ja auch ein Video für junge Leute. Manche Philosophen meinen nun, noch wichtiger als solche konkreten inhaltlichen Fragen sind die Fragen, die man stellen muss, um überhaupt über solche konkreten Fragen sinnvoll nachdenken und diskutieren zu können. Nochmal, die wichtigsten Fragen sind die Fragen, die man stellen muss, um über inhaltliche Fragen sinnvoll nachdenken und diskutieren zu können. Und von denen gibt es, würde ich sagen, drei, die aufeinander aufbauen. Die erste ist, wie meinst du das? Das ist eine wichtige Frage, weil wir oft nicht verstehen, was der andere genau meint. In manchen Kontexten ist es dann auch nicht wichtig, wenn ich sage, Mir kannst du noch ein Weißbier bringen. Dann bringt die Kellnerin halt irgendein Weißbier. Aber es gibt eben auch viele Situationen, wo das wichtig ist, genau zu verstehen, was der andere meint. Und wo das halt eben nicht klar ist. Und wo es vielleicht uns selber sogar noch nicht mal klar ist, was wir meinen. Und dann reden wir aneinander vorbei. Beispiele dafür sind Sätze wie Das ist aber gemein. Oder Oder Das ist keine gerechte Bezahlung. Wie meinst du das? Das zielt dann offensichtlich darauf ab, die Bedeutung unklarer oder vieldeutiger Begriffe und Formulierungen zu klären. Und um das zu tun, sollte man dann die Begriffe eben definieren und manchmal auch durch Beispiele verdeutlichen, was genau man damit meint. Sonst, wie gesagt, redet man aneinander vorbei. Der Philosoph Jürgen Habermas hat das mal schön formuliert. Die meisten Diskussionen finden statt, Zitat, in der Grauzone zwischen Miss und Unverständnis. Soweit schon zur ersten Frage. Wenn geklärt ist, was jemand eigentlich meint, wenn er etwas sagt, dann ist die zweite Frage, warum glaubst du das? Beziehungsweise, warum hältst du das für richtig? Mit Glauben ist in diesem Zusammenhang nicht religiöser Glaube gemeint, sondern welche Gründe, welche genauer gesagt Argumente hast du dafür, das für richtig zu halten, was du für richtig hältst? Wenn ich also gefragt werde, warum glaubst du das, dann sollte ich Argumente nennen, die mich davon überzeugt haben, das zu glauben, was ich gerade behaupte. So ein Argument wäre zum Beispiel, du liebst mich nicht wirklich, weil du dich gar nicht ernsthaft für meine Gefühle interessierst. Oder die Sonne dreht sich um die Erde, weil das sieht man doch, wenn man sich ihren Verlauf am Himmel anschaut. Und wenn dann die Argumente auf dem Tisch liegen, dann kommt die letzte der drei wichtigsten Fragen. Sind die vorgebrachten Argumente überzeugend? Hier geht es also um das Prüfen von Argumenten. Denn es gibt offensichtlich gute und weniger gute Argumente. Nehmen wir das Argument, die Sonne dreht sich um die Erde, weil das sieht man doch. Es ist bekanntlich, außer für Flat Earthers, kein gutes Argument. Man sieht, das Prüfen von Argumenten ist häufig seinerseits ein Austausch von Argumenten und Gegenargumenten. Und da muss man dann manchmal, damit diese Argumente klar sind, ebenfalls wieder fragen, wie meinst du das eigentlich genau und warum glaubst du das? Das klingt jetzt alles mühsam. Ist es manchmal auch. Und man muss das üben. Manchmal macht das aber sogar richtig Spaß, wenn man es mit den richtigen Leuten zusammen macht. Und die Alternative ist eben oft ein erfolgloses Sich-Rum-Streiten. Also ausprobieren.